Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren Lernen. So, heute wollen wir uns speziell mit den Methoden befassen oder genau mit dieser eigenen Methode. Ja, aber es funktioniert natürlich mit jeder Methode gleich. Und zwar wollen wir heute Methoden überschreiben. Methoden zu überschreiben ist eine unglaublich mächtige Funktion von Vererbten oder von Unterklassen, wenn man es genauer nehmen möchte, und bieten mir richtig, richtig viele Optionen. Und zwar kann ich hier zum Beispiel einfach sagen, Public Function Void Neuer Schüler. Naja, ich möchte die jetzt hier überschreiben. Also sage ich hier Public Function Void Neuer Schüler. Klammer, Klammer, Semikolon. So, äh, nicht Semikolon, sorry, geschweifte Klammer natürlich. So, und jetzt habe ich diese Methode hier überschrieben. Woran liegt das? Die Signatur, das ist der Teil hier, einer Methode ist jetzt genau gleich wie die von der Oberklasse. Und was ich jetzt damit mache, ist, ich ersetze den Aufruf von Neuer Schüler logischerweise hier. Also wenn ich jetzt bei g.neuer Schüler ankomme, dann wird nicht diese Methode hier aufgerufen, sondern diese, äh, die hier unten wird aufgerufen. Das heißt, die, die ich überschrieben habe. So, und, ähm, jetzt kann ich hier natürlich irgendwas reinschreiben, was ich möchte. Zum Beispiel Anzahl Schüler plus gleich 1, ähm, aber nur wenn er schon Abschluss, was weiß ich, was hat. If, ähm, äh, keine Ahnung, wir haben jetzt hier kein Parameter drin, also der Schüler wird nicht übergeben, das wäre normalerweise der Fall, aber wir wollen ja hier möglichst simpel bleiben. Ähm, das heißt, wir sagen hier zum Beispiel if has Abschluss, äh, if has Grundschulabschluss. Schulabschluss, ähm, dann wollen wir die Anzahl an Schülern erhöhen um 1. Und hier oben sagen wir, okay, wir erhöhen die Anzahl an Schülern immer um 1. Nicht nur, wenn er einen Grundschulabschluss auch wirklich hat, aber beim, äh, Abitur oder, äh, beim Gymnasium kann man natürlich nur erstmal reinjoinen, sozusagen, wenn man auch wirklich hier den Abschluss hat, also Grundschulabschluss hat. Ähm, und das ist natürlich jetzt mächtig, weil ich kann einige Dinge, ähm, überschreiben und vielleicht auch leicht verändern, wenn ich jetzt hier eben, ähm, die Methoden einfach überschreiben kann. Das Tolle ist aber die sogenannte dynamische Bindung. Die dynamische Bindung besagt, wenn ich das Ding jetzt hier in eine Schule rein speichere, Das heißt, wir haben wieder mal unser populäres Array aus Schulen hier. Und jede dieser Schulen bekommt jetzt einen neuen Schüler. Ich mach das Ganze mal ein bisschen größer gerade. Ähm, sagen wir mal, wir haben wieder dieses Array, äh, Schule, Array, mein Array. Und zwar aus, ähm, Quatsch, das sind die falschen, die hier. Ähm, aus eine Schule, eine Schule, dann aus YouTube und aus G2, was ja offensichtlich auch das Gymnasium ist, also von dem wir es gerade vorher hatten. Das wurde ja abgecastet hier. So, und wenn ich jetzt hier drunter aufrufe, für jedes Element hier drin, also vor Schule i in mein Array, wollen wir eine Funktion aufrufen. Ich mach hier gerade mal, damit wir das nicht so weit unten haben. Ähm, und jetzt wollen wir hier zum Beispiel sagen, i.neuer Schüler. Und jetzt greift diese sogenannte dynamische Bindung, obwohl wir hier für G2 dieses, ähm, also das ist ja eigentlich hier als Schule gespeichert, aber obwohl wir jetzt G2 hier als Schule behandeln, hier auch Schule i, das ist ja alles dann genauso behandelt, als wäre es eine normale Schule, diese neue Schülerfunktion wird nicht als diese hier aufgerufen, sondern dynamisch gebunden, sprich der echte Typ der Klasse wird genommen. Und der echte Typ von G2 ist ja hier, es wurde als Gymnasium erstellt. Das heißt, es ist ein Gymnasium. Und das Gymnasium hat diese wunderbare Funktion hier überschrieben. Das heißt, diese Anzahl an Schülern wird nur größer gemacht, wenn es Grundschulabschluss True ergibt. Das heißt, ähm, es wird nicht diese Funktion hier benutzt, sondern diese hier. Und das ist eigentlich wirklich, wirklich mächtig. Das ist auch, ähm, tatsächlich einer der Gründe, warum Vererbung so gerne gesehen wird und, ähm, was da auch wirklich so sinnvoll dran ist. Das heißt, nochmal ganz kurz zusammengefasst, dynamische Bindung bedeutet, wir können alles in einen Obertypen, ähm, konvertieren, der eine bestimmte Funktion hat, wird aber jeweils auf einem Objekt dann eine Funktion aufgerufen, dann wird die echte Funktion, also die, ähm, von dem Typen, der es tatsächlich ist, also der Type, nicht die Instance, sondern der Type von dem, ähm, Typ, äh, von der Instanz wird aufgerufen. Das heißt, für eine Schule und für YouTube wird hier oben diese Funktion aufgerufen, weil die ja beide wirklich Schulen sind, aber für G2, was in Wahrheit ein Gymnasium ist, da wird die Funktion aus Gymnasium aufgerufen, die die Funktion hier oben überschreibt. Und das wirklich nennt sich einfach nur dynamische Bindung, ähm, und ist ziemlich, ziemlich mächtig. So, das war's erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ihr könnt da draußen ein bisschen Nutzen ziehen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!